BASSAFAN! Für die aufmerksamen YouTube-Leute unter euch, ich habe genau an dieser Stelle einen Vlog gemacht. So sieht's aus. BASSAFAN! Das Video von heute, 1.10. mit Förse, hat mich inspiriert, das auch mal zu machen. Also, was könnte ich mit folgenden Zahlen und Daten meinen? Erstens, 28. Du bist 28 Jahre alt? Ich meine, über Alter einer Frau spricht man nicht. Aber ich würde mir vorstellen, dass du 28 bist. Zweitens, 200. Deine Watchtime bei mir wahrscheinlich. Drittens, 20. Du hast 20 Folgen, frag doch mal den In-Welt-Master gemacht. Viertens, 16.09.2020. Nein, das ist nicht mein Geburtstag gemeint. 16.09. Gut, meine Oma hat Geburtstag. 16.09.2020. Was haben wir denn da gestreamt? Wahrscheinlich, ich nehme mal an, dass du da irgendwas mit dem... Oder haben wir da Mafia vielleicht durchgespielt? Oder... Ne, also ich meine, jetzt speziell den Tag wüsste ich jetzt nicht. Gut, ich meine, das ist zwar erst vier Wochen her, aber... Ja, gute Frage. Und 05.01.08.2020. Einen Tag vor meinem Geburtstag. Da haben wir Read That Redemption gezockt. Haben reingestimt. Haben lange gepokert. Ähm... Ist da nicht ein Sub ausgelaufen irgendwie? Also, ja, ein Tag vor meinem Geburtstag. Aber was war da? Barca-Fan. Also, ich könnte mir vorstellen, dass die ersten drei Fragen richtig sind. Bei viertens und fünftens bin ich mir nicht ganz sicher. Ähm... Interessante Ausleger auf jeden Fall von Frag doch mal In-Welt-Master. Ich meine, wir haben ja jetzt da nun schon wirklich sehr, sehr viele Fragen gemacht. Und ich bin gerne bereit, solche Rätsel zu machen. Ähm... Vielleicht losen wir den nächsten Jahr auch mal was, dass wir so Themen reinklatschen, dass wir das ein bisschen abwandeln. Äh... Ich bin auf jeden Fall gespannt, was äh... Was rauskommt. Und ähm... Ja, was soll ich sagen? Dankeschön, Barca! Muuuah! Auf die nächsten! Und die Vögel, die switchern!